Guten Tag, ich bin Markus Leonard, Inhaber der Firma Mobilfreude. In letzter Zeit erreichen mich immer häufiger Anrufe aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von Interessenten, die mehr über den Freeliner erfahren möchten und fragen, ob sie ihn auch bei mir Probe fahren können. Ja, sehr gerne, rufen Sie an, wir vereinbaren einen Termin, Sie kommen vorbei, testen das Fahrzeug ausgiebig und ich versuche, alle Ihre Fragen zu beantworten. Dann kommt die Frage seitens der Interessenten, wo liegt denn bitteschön Heusenstamm? Heusenstamm liegt ein paar Kilometer südlich von Frankfurt am Main. Oh, dann gibt es die Reaktion auf der anderen Seite. Das ist aber ganz schön weit von uns entfernt, 200, 300 Kilometer. Das ist uns wirklich zu weit schade. Ja, finde ich auch schade. Für mich ist es leider unwirtschaftlich, zu Ihnen einzeln nach Hause zu kommen, Ihnen das Fahrzeug vorzustellen. Aber jüngst bin ich auf eine Idee gekommen, denn ich habe in Kürze in Bad Langensalza geschäftlich zu tun. Bad Langensalza liegt ja in den meisten Fällen näher an Ihren Wohnungen oder Häusern und so meine Idee, vielleicht kann man sich dann auf halber Strecke in besagtem Bad Langensalza treffen. Da natürlich auf einer größeren Fläche, vielleicht einen größeren Parkplatz, wo Sie leicht mit Ihrem Auto parken können und das Fahrzeug entsprechend draußen auf webenen und unebenen Wegen mal kritisch unter die Lupe nehmen können und wie gesagt, mir alle Fragen zu stellen, die ich dann vor Ort beantworten kann. So, jetzt macht es keinen Sinn, hier schon einen festen Termin einzustellen. In diesem Video möchte ich einfach mal die Idee abklopfen bei Ihnen, ob die bei Ihnen auf Interesse stößt. Also, könnten Sie sich vorstellen, dass wir uns da in Bad Langensalza begegnen. Ich würde mich freuen, wenn fünf Interessenten zusammenkämen. Das Ganze ist ja auch für mich ein bisschen aufwendig. Dann würde ich das entsprechende Fahrzeug mitbringen und Sie könnten das, wie gesagt, ausgiebig testen. Schreiben Sie mir doch einfach mal eine Mail. Wenn Sie daran Interesse haben, dann merke ich ja sofort, oh, die Idee ist gut, sich da auf halber Strecke zu treffen oder interessiert Sie nicht, bevor wir da weitere Termine und Uhrzeiten vereinbaren. Also bitte zunächst einfach mal um eine Mail. Ja, betrefft Freeliner Bad Langensalza. Dann würde ich mich wieder bei Ihnen melden und das Ganze versuchen zu konkretisieren. Und keine Sorge, das ist also jetzt hier nicht ein billiger Versuch, an E-Mail-Adressen zu kommen. Was soll ich mit E-Mail-Adressen? Ich bin daran interessiert, dass das Fahrzeug ausprobiert wird und nicht am Versand von irgendwelchen Werbemails. Also das interessiert mich überhaupt nicht. Insofern, um das auch noch mal an dieser Stelle schnell klarzustellen. So, ich bin mal gespannt, wie viele Interessenten mir schreiben. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Und um das zeitlich ein bisschen einzugrenzen, wir haben heute Montag, den 12. Juli. Ich könnte mir vorstellen, dass man so etwas, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, vielleicht sogar am Freitag, also sprich Ende dieser Woche oder an einem, ja möglicherweise Dienstag in der Folgewoche vereinbaren. Nur, dass da so zumindest mal ein kleiner Zeithorizont in den Raum gestellt wird. Also, ich freue mich, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut und dann auf bald vielleicht.